Max, es ist schon ziemlich spät, du musst jetzt mal ins Bett gehen. Sag mal Max, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Geh jetzt ins Bett, bitte. Sag mal Max, sitzt du immer noch da? Kannst du dich einmal machen, was ich dir sage? Geh jetzt sofort ins Bett. Mann, das ist unfair. Lena darf doch wach bleiben und ihm ist schon ins Bett. Hör mal, Lena ist auch viel älter als du. In deinem Alter musste Lena auch früher ins Bett. Bei Papa darf ich länger aufbleiben. Oh, das glaube ich kaum. Und wenn schon, geh jetzt sofort ins Bett, bitte. Mann, ich bin aber noch nicht müde. Es ist doch jeden Abend das Gleiche. Max. Max, jetzt hör auf. Max, jetzt hör auf.